Ich würde ja sagen, lass mal die Profis ran, aber ich bin nicht besser. Ich bin kein Mensch besser. So Leute. Ja, ja. Ach du Schande. Ach du Schande, das habe ich mir auch gedacht. Ach du Schande. So, aber bevor wir jetzt weitermachen, versuche ich jetzt endlich diesen Live-Counter einzubauen. Gebt mir einen Moment. So, erstmal dieses Ding da einstecken. Fünf, komm bitte. So, wir möchten haben das ausschneiden. Nein, Kopf. Dann möchten wir reinfügen nach hier. Machen wir das hier löschen. Komm weg. Das hier reinfügen. Dann wir gehen hier. Machen das löschen. Oder nein, machen nicht das löschen, machen das. Ja, alles. Ach, das ist nicht jemand. Ja. Dann machen wir fertig. Ich muss nur mal die Hotkeys machen. Dann müssen wir es genau hier. Dann machen wir das. Runter auf die Quelle. Weiter, 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 runter, runter, runter. Noch weiter runter. Ja, da und da musst du jetzt irgendwo, was ich glaube ich Leben genannt. Wenn du in der Diabschule sitzt. Du hast viele Quellen. Leben. Da musst du jetzt bei dem nächsten Spiel ein voriges Spiel. Dann machen wir das nächste Spiel. Los. Voriges Minus. Fertig. Gut. Dann. Wenn das denn funktiert. Den funktioniert nicht. Sehr gut. Ich will den Ordner nochmal raus. Okay. Das ist ja komplett durchgeklappt. Machen wir das mit Minus. Da ist nichts drin. Was hast du kopiert? Ich habe nichts kopiert. Ich habe genau das genommen, was du mir gegeben hast. Dann guck in den Ordner rein. Da ist nichts drin. In deinem Ordner. Hutz, du machst mich hellisch. Leo, Leute. Du machst mich hellisch, Hutz. Ich habe es dir richtig reingekommen. Nein. Es ist leer. Ich bin auf deinem USB-Stick. Leute, es tut mir leid. Ich habe es dir richtig. Punkt. Es tut mir sehr leid, dass wir das unterbrochen haben für nichts. Du bist schlimm. Weißt du, nicht nur, dass mich Foxy immer umbringt. Nee. Der Foxy ist genauso schlimm. Er bringt mich auch hier um meinen Verstand. Die Fiekse müssen noch zusammen. Ja, genau. Immer diese Fiekse. Guck mal hier. Hä? Da ist doch ein Inhalt. Warum ist der bei mir nicht drin? Da, die, da, da. Dein Netter fasst mich. Das ist alles. Wir nehmen mal eine neue Farbe. So. Wir fangen jetzt mal an von hier unten. Wir machen blau. Vielleicht liegt das an der Farbe, die wir hier haben. Okay. Der Fuchs sagt, jetzt soll es funktionieren. Es ist bei mir waren ja drei drin. Und ja, wie gesagt. Jetzt habe ich Eisenbahner. Ja, ich habe bis vier Uhr geschafft. Aber vier Uhr ist halt immer noch nicht Ende. So. So. Bada bababa. Was ist das? Das einführen. Am Ende immer mein Handy. Ja, da ist was drin. Jetzt. Jetzt ist was drin. Jetzt ist was drin. Den schmeißen wir mal wieder rein. Dann. Ich hab den Countdown. Wenn wir den Ordner auswählen. So. Funktioniert das jetzt? Hm. Ich finde komisch, dass es bei dir nicht klappt. Hm. Wartet kurz. Wartet kurz. Irgendwo steht. Stimmt schon wieder nicht. Stimmt schon wieder. Gut, dass es bei mir klappt. So. Leben. Äh. Das ist drin. Ein Depp wollt ihr. Kommt. Den Depp. Einmal wieder deppen. Hast du bekommen. Jetzt tötet dich der Aser. Nein. Du hast die Quelle ganz oben. Okay, 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 okay. Lass mich noch gucken. Stimmt. Der ist auf du. Ja, du sollst doch die Quelle aktivieren. Ja, okay. Okay, so. Wir starten mit drei Leben. So. Jetzt seht ihr hier. Ihr seht jetzt hier die drei Leben. So. Zack. Und jetzt geht's. Jetzt, jetzt kann, jetzt kann es nur schief gehen. So. Puh, 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 puh. Okay. Leute. Ich bin schuld. Aber erst, liebe die Quelle nicht. Aber vorn waren, vorn waren keine Bilder drin. So. Liebe Leute, gebt vor ein Acht. Ach, schieß. Wir haben euch etwas mitgebracht. Jetzt, klar. Okay, dann schmeiß ich mich. Alles klar, keine Arbeit für umsonst. Na hier, wir kreuzer fürs Dreierauto. Okay, da platzt du schon noch in der Mitte. In der Mitte sind wir noch keiner. Oder? Da ist er, Foxino. Nein, Foxy. Ja, das ist live. Vielleicht bist du das. Der mich immer umbringt. Wer weiß es? Keiner weiß es schon. Ich bring mich nicht um. Ich bring mich schon wieder verstanden. Auch das. Auch das. Aber manchmal bitte. Ergert, ergert. Wir nutzen mal einen, äh, Fox. Teste. Und ich versuche, zu sagen, hallo. Was ist Kanada? Hallo. Was für eine komische Nacht dieses Mal. Das ist voll nett. Jetzt bestimmt diese Nacht. Alter, was ist denn jetzt passiert? Alter, ich höre es nur Donner in dem Hintergrund. Oh, 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 oh. Foxy, verschwind. Aller weg. Aller weg ist gut. Weil Mr. Blue ist irgendwie noch nicht da. Wo ist Mr. Blue hin? Nein, wollte ich nicht. Oh, Mr. Kind. Mr. Kind, verschwind. Mr. Kind. Ja, Mr. Kind, verschwind. Kennst du den nicht? Weil der Blaue ist irgendwie noch nicht aufgetaucht. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Foxy, 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 Foxy. Bozik, nein, Bozik. Enter. Oh, das hat schon wieder nicht funktioniert, Leute. Ja. Dann drück mal Minus. Mannona, Mannon, Mannon, Mannoners. Oder Mannonas. Hi, grüß dich. Du musst Minus drücken. Wir müssen einmal Minus drücken. Ich will nicht einmal Minus drücken, meine schönen Beben. Da gehen sie da hin. Auf mir. Okay, 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 okay. Ja, das schaffen wir, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Wir werden das schaffen. Wir schaffen das jetzt. Ich bin dafür. Wir wechseln jetzt jedes Mal, wenn ein Durchgang ist, wechseln wir hier das Licht. Und irgendein Licht im Hintergrund wird uns retten. Okay, hier, hier ist schon ein Patzen. Aber die, aber die, aber die, aber die. Foxy, 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 Foxy. Foxy, Foxy, Verschwinde, Foxy. Foxy, 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 Foxy. hat das eigentlich mit dem leben funktioniert ich weiß zwei sagt es funktioniert aber den vertraue ich nicht mehr vertraue ich nicht mehr ihr lieben zuschauer hat das mit dem leben funktioniert seht ihr jetzt nur noch zwei von meinen köpfen du hast du gerade dass du hattest eine chance um ich weiß nicht mehr von wo das kommt das kam aus irgendein film ente 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 warum kannst du mich nicht vergessen und irgendwann werde ich dich essen oh nein mr blue ist der wo ist da und mr ente ist irgendwo anders ich weiß nicht wo mr ente ist das ist der kind nicht das ist direkt mit den drei neben nein 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 was nicht nein kind hast du mir doch nicht antun ja ja ist vorbei aber es hat mir aktuell Du hast jetzt 3 Leben, wenn man noch guckt. Naja. Du musst also länger spielen, du hast immer noch 3 Leben. Hä? Kann doch nicht sein. Ich hab doch minus 1 gedrückt. Ja, hast du. Aber das Thumbnail ist auf 3 Städte. Du weißt, das ist ein Thumbnail, das ist ein Vorschaubild. Ach so, ah ja. Ein Vorschaubild auf Twitch ist genau in dem, wo die unten die 3 eingebaut hat. Das heißt, es bleibt ja so lange, wir müssen wieder spielen, es sind wieder auf 3. Also musst du so lange spielen. Spielen. Nein. Ja. So, 2 Leben vorbei, Leute. Ich war vorhin so gut. Ich weiß gar nicht, wie ich es vorhin geschafft habe, bis zur Stunde 4 zu kommen. Können wir den Tisch ein Stück näher ruhen? Ja, zieh einfach. Ist der schwer. Ist ja auch so viel Zeug am Drogen. Ich weiß auch nicht. So Leute, so Leute, wie wir jetzt, aber wir schaffen es. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich. Ach. Ich vertraue auf mich. Nicht. Aber auf euch. Die ganze Zeit habe ich darauf vertraut, dass du es geschafft hast. Da vertraue ich mir nicht drauf. Vielleicht klappt es dann. Ja, vielleicht. Vielleicht ist auch heute Gegenteilstag. Ich habe kurz eine Frage, ob ein TikTok da ist. Äh, ein TikTok. Äh, ich muss gestehen, ich nutze TikTok selbst nicht zum Gucken. Ich wüsste nicht für was, weil da kann man ja nur kurze Videos reinmachen. Ich glaube, zum Streaming-Videos ist TikTok, glaube ich, nicht so die geeignete Plattform. Ich kann zwar viel dumm scheiß reden, also da bin ich unheimlich gut drin, aber... Ich glaube... Aber ich glaube, ich glaube für TikTok, für TikTok wäre ich nicht geeignet. Er load schon wieder. Also, im Moment ist kein TikTok-Account hier geplant. Außerdem, ich muss gestehen, ich habe auch gar nicht so viel Zeit, um so viele Accounts zu pflegen. Ich komme ja kaum mit YouTube hinterher. Obwohl, da ich sehr wenige Follower habe, aber ich muss ja immer wieder neue Videos ändern und... äh, äh, Content hochladen und... Ja, das ist alles ein bisschen zeitaufwendig. Und, Foxy, jetzt geh endlich weg! Dementsprechend, äh, nee, es ist noch kein, kein... Kein TikTok geplant. Vielleicht irgendwann mal. Wenn ich, wenn ich, wenn ich so viel Geld damit verdient, dass ich nicht mal arbeiten muss, also mich nur noch auf Account-Management, äh, spezialisieren kann und vorbereiten, dann, äh... Vielleicht kriege ich ja irgendwann einen, einen Sekretär, der mir einen Account gemanagt hat. Er schwind, ich wusste, dass du da bist. Haha, diesmal habe ich dich. Oh, Ente, Ente! Und, Foxy, juhu! Wir haben ja nicht genug. Foxy, verschwind! Nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh nein, Musik! Nein, Ente! Verschwind, Ente! Ich muss die Musik machen! Ente, weg! Nein, die Musik war zu spät! Ja, das bedeutet, jetzt kommt dieser andere Kerl. Ich höre nämlich die Musik von dem anderen. Das war ja gemein! Wie sollte ich denn das machen? Leute! Keine Chance! Die Ende kam! Soll ich denn das aufladen? Warte mal, das ist mein letztes Leben. Minus, wir sind bei Null! Bedeutet... Katze! Doch! Nein! Nein, 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 nein! Nach Rutz ist Katze dran! Nach Rutz ist Katze dran! Wollt ihr die Katze sehen? Sagt Theo! Es gibt doch dieses eine Neue Deutsche Welle Lied, kennst du das nicht? Das heißt, hey, wir wollen die Katze sehen! Ohhh... Heio! Sly schreit Theo! Ja! Warte mal, warte mal! Komm mal hier rüber! Wir brauchen so eine Brofist in der Camp... Brofist! Ja, Lumi hatte, wenn sie nicht bei meinem Horror-Stream damals gesagt hätte, ich muss es ja immer wiederholen, dass sie unbedingt FNAF mit mir streamen will, hätte sie gar keine Probleme. Und das Schöne ist, damals wusste sie noch nicht, dass es davon sechs Teile gibt. Ja, aber eigentlich streng genommen nur vom ersten Teil. Warte, 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 so wie das der gestiefelte Kater im Animationsfilm macht. Ich lasse dich noch ein bisschen. Wasser trinken zur Stärkung. Warte mal, was steht denn da? Ja, hat es. Dein Twitter ist ja nun der Streamlab-Bot. Hä? Dein Twitter ist der Streamlab-Bot? Bei den anderen beiden muss die Personas als Leben sein. Das wäre cool. Drei. Was? Dieser möchte, dass du die Lebenspunkte noch weiter erweiterst, sodass nach meinen drei Leben dann drei Leben von Lumi sind, auftauchen, die dann nach unten tickern und dann drei Leben von dir. Also mit sozusagen der Fursona von Lumi drei Bilder und mit der Fursona von dir dann drei Bilder. Also das kann ich gerne machen, aber das machen wir dann für in zwei Wochen. Okay, also in zwei Wochen haben wir nicht nur Kurzlebenscounter, dann haben wir auch Lumi und Sly Lebenscounter. Ist das in Ordnung, Bisa? Kannst du damit, kannst du damit, äh, nice, Bisa mag das. So, ähm, ja, naja, nur Team-Ankündigung. Ja, im Endeffekt nutze ich meinen Twitter-Account nicht anders. Das ist halt so. Ich hab früher mal überlegt, auf Twitter könnte ich die ganzen Commissions und Bilder hochladen, aber... Ich hab die Zeit nicht dafür, um auf Twitter halt alles Mögliche zu machen. Ich geb's ganz offen und ehrlich zu. Mir fehlt die Zeit, wenn ich abends heimkomme, bis ich gekocht hab, dann will ich auch irgendwann meine Ruhe, an manchen Tagen streamig. Habe ich keine Zeit noch, Twitter zu twitteln. Du wirst lachen, ich habe seit neun Monaten keinen einzigen Lieferdienst gewählt. Es ist zwar meistens dann irgendwas Einfaches, Schnelles, sowas wie ne Suppe oder Spaghetti oder Steak, weil ich habe ja den, keine Produktplatzierung, den Opti-Grill, auf den man einfach nur das Steak drauflegen muss und das sagt dir, wann es perfekt ist. Es ist halt so. Schon geil, ja. Es ist halt einfach gut. Es ist so. Es ist so. Klar, Steak, nur Steak essen ist auf Dauer teuer. Auf Dauer teuer? Nicht auf Dauer teuer? Deutlich teuer, wolltest du eigentlich sagen? Ja, ist deutlich teurer, ja. Aber ich will eigentlich Lieferdienste nicht wirklich bevorzugen. Wenn ich esse und nicht koche, möchte ich eigentlich in die Restaurants rein. Aber das kann ja jetzt demnächst wieder passieren. Ich mag es nämlich nicht, wenn Essen kalt bei mir ankommt. So, Lumi, genug gedrückt, genug von mir, mehr von dir. Ach Gott, es ist sein Akkondi, wollt doch mehr Hoods? Ihr wollt doch mehr Hoods-Zeit? Nein, 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 nein. Ach, ich mag schon wieder nennen. Das war so entspannend, mal nichts. Ach, irgendwie tust du mir leid. Nicht. Lüge einfach wieder, diese Lüge. Na gut, Leute. Gucken wir mal. Fugident. Optimistisch bin ich mittlerweile nicht mehr, sondern nur noch genervt. Ich weiß nicht, was das tolle ist. Wir haben schon zwei Stunden hinter uns. Wir haben schon zwei Stunden lang nach fünf. Ja. Hallo. Ach, Bisa, wenigstens einer, der an mich glaubt. Danke, danke. Er ist gläubig, er ist gläubig. Ach, komm, mach dich ab. Ich bin in Frieden. Okay. Gleich dir. Ich bin lieber, ich bin ein Fuchs-Fan, aber nur von denen in Real Life mit Fell. Also, Animatronik darf gerne sich berümmeln. Was will auch. Ich mag nicht mehr. Eckart. Warum tue ich mir das an? Eckart, meine Frau ist nicht da. Ich glaube, du sie sind da. Ich glaube, du sie sind da. Ach, ja, ich hatte eine große Klappe. Richtig. Oh, sei still, du bist keinem Leuten besser als uns. Aufgrund der großen Klappe sitze ich jetzt auch dran. Richtig. Richtig. Und der von dir. Ja. Hallo, liebe Leute, ich sag euch nur eins. In meinem Stream. Damit ihr mich kennt. Und ihr seid ein reichbarer Lebens. Ja, ja, wie kam die jetzt her, bitte? Ja, toll. Ich erschrecke mich trotzdem. Das ist ja das Problem. Das ist ja schön, ich meine, der Fuchs reagiert schon gar nicht mehr. Ich glaube, der ist auch. Der Rutz-Weißens auch nicht in 90% der Fälle. Und ich sitze dann da und mache hier einen auf Poltergeißen und hänge von der Decke runter. Ja. Ja. Vielen Dank.